Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf YouTube. Wir haben es wieder getan. Es wurde Zeit für einen neuen Sellout-Stream. Es durften mir Zuschauer wieder für 33 Cent eine Sekunde YouTube-Video einschicken. Und das hat wieder zu gut geklappt. Noch besser als letztes Mal. Also seid gespannt, wie viel Geld wir gesammelt haben und was wir mit dem Geld machen, seht ihr am Ende des Videos und jetzt ganz viel Spaß. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und let's go! Für euch noch als Erklärung, Jump King ist ein ganz schreckliches, extremst grauenhaftes Spiel, in dem man sehr weit fällt teilweise. Es ist sehr belastend. Und es ist aber ein gutes Game, um es nebenbei zu zocken. Dann starten wir mal rein, Freunde. Oh! Banger! 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 Das war ein Banger. Gute erste Video. Banger-Start. Krümelmonster war mein Favorite, bin ich ehrlich mit euch. Was? Also, man hat doch nicht zwei Hoden. Okay. Bitte was? Verlassen du. Hey, w***er. Diese Random-Ass-Peat-Peat-Smith-Clips sind auch immer geil, wirklich, bin ich ehrlich mit euch. Die kommen immer so aus dem Nichts. Bürgermeister, du Huchensohn. Siehst du Streit? Tempo 30 gilt für alle, Benjamin. Jetzt hör mal zu, Kollege. Okay, ich nehm's zurück. Ich hatte es ein bisschen anders in Erinnerung, Benjamin Blümchen. Mein erster Crush, den ich jemals in meinem Leben hatte, war Otto. Und ich wünschte, ich würde es nicht ernst meinen, aber es ist komplett ernst gemeint. Oh nein. Oh, toll. Nice, nice, nice. Nice. Good Clip. Oh, was? Good Meme. Wirklich, good Meme. Das ist wirklich, es ist ein gutes Meme. Ich finde es, ich finde es leider immer einen Ticken zu witzig. Ich finde es gut. Gar nichts. Die Muschel hat gesprochen. Und ich sag, fick dich, fick dich. Und dann löscht mir den Schwanz. Wieso finde ich das immer so lustig, wenn in so Kinderserien Leute so beleidigen? Es ist das übelste Dumme, aber ich finde es jedes Mal einfach lustig. Von no reason, literally. Okay, wir kommen gut voran, Chat. Wir kommen gut voran. Wir kommen sehr gut voran sogar. Oh, ihr hört gar keine In-Games. Lass es doch einfach. Hört einfach auf damit. Lass es doch einfach mal. Mach es doch einfach mal nicht. Oh, Banger. Charity Falls. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Révy, bist du noch da? Meine Reaktionsfähigkeit blitzschnell. Multitasking safe. Gaming ist ein Teil von mir. Damit drücke ich mich aus. Genauso wie durch mein Style. Was Gaming für mich bedeutet, flexen, Adrenalin und echte Freundschaften. Mach deine eigenen Regeln. Got to change the game. Wir wissen, was Révy dafür bekommen hat. Salam, Schwarz in mein Arsch. Oh, Klassiker. Aber der ist so böse jedes Mal wirklich. Salam, Schwanz in mein Arsch, Junge. Oh, das kenne ich, das ist auch geil. Das ist so ein Klassiker, wirklich. Ja, aber da war noch alles gut, weißt du? Da hast du noch auf deinem Handy dieses Tracks, diese Tracks-App, wo du so Sounds abspielen konntest. Da war noch alles gut, wirklich. Da war das Leben noch ganz einfach. Du heut Nacht, neins klare sein. Gehörst du mir heut ganz allein. Schön, ein guter Track. Ist ein Banger. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ist ein Banger. Was spart der Fett, sag mich denn so an? Ist das real? Hat er das wirklich gesagt? Mach ne Fliege. Ja. Spongebob Savage. Bläsk, was geht, mein Lieber? Ich danke dir. Hey, mein Stream ist mega chillig. Herzlich willkommen, Leute. Oh, mein Gott. Also, Leute. Das klingt jetzt wirklich komplett... Also, chat, 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 chat. Ich... Mentalistisch, Lama. Drama, Lama. Fat Mama, Lama. Zu dem Song konnte ich letztes Mal wirklich... 90 Euro! No, not again! Reicht langsam. Wir sind erst bei der Hälfte? Das ist erst die Hälfte gerade? Naja, für die Tiere, ne? Ich will nicht nur am Anfang! Der Song macht mich fertig! Mentalistisch, Lama. Peter, hör auf! Peter, hör auf! It's over. We did it, chat. Ich hab nicht das Gefühl, dass ich lachen darf, chat. Spit and facts, bro. 100%. Das, was er gesagt hat. Wirklich. Oh, nein. Oh, nein. Nein! 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 Das war mal ein lustiges Format. Wann hat sich das in die Hölle verwandelt? Wann? Und warum? Oh, ist so laut! Gut! Jedes Mal, wenn's wieder von vorne anfängt, bricht so ein Stück in mir, muss ich ehrlich sagen. Oh, wir haben's! Wir haben's! Wir did it, chat! Das war sehr lange. Bitte lass mich raus. Heilige Fressen, Hurensohn! Denn wenn's nach mir ginge, würde ich dich zur Frikassee verarbeiten. Das war das Most Scuffed Voice-Over, was ich in meinem Leben gehört habe. Das hat einfach über so ein Headset-Mic geredet, Junge. Das war aber ne tolle Rede. Du fettes Schwein! Ich hätte selbst auf dich geschossen. Denn wenn's nach mir ginge, würde ich die Hunde loslassen. Hurensohn! Ich find das witziger, als es sein sollte. Würde ich jedes Mal. Oh, 40 Euro für Tequila? Macht euch bereit, chat. Ihr dürft nicht den Einsatz verpassen, chat. Ihr dürft nicht den Einsatz verpassen. Tequila. Geht zum Teufel, du Löwen! Ihr mache Schweine, du Hurensohn! Und ihr seht zu, dass ihr weiterkommt. Verbisst euch, ihr Vögel! Verkommenes Gesindel! Lasst euch hier nicht wieder blicken! Sonst lauch ich euch ein! Ich hasse euch ganz egal, ob schwarz oder weiß. Ihr elenden Wichser! Lutscht mir den Schmerz! Ich liebe das auch, weil es am Ende abgecuttet wird. Wirklich. Scheiß-Video, erschrecke ich mich nicht. Normal Rift- Normal Rift-Stream. Kann ich mehr. Was ist das? Das war ein guter Beat, den er angegeben hat hier. Wie soll denn? Ne, ist ein guter Tropfen. Ja, ich habe... Es lag aber auch zu 99 Prozent im Rotwein. Hat er vergessen, dass das Video existiert und ich hätte es eigentlich auch lieber weiterhin vergessen gehabt. Claudia, du bist der einzigste Stern für mich. Und Jacqueline auch. Das ist so ein gutes Video, wirklich. Ich liebe das. Und Jacqueline auch. Glatt und dann mach so, Auto so machen. Und dann Unfall. Schwierig, Chad. Schwierig. Unfall. Da ist eine Ratte. Kann nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Gebrochen. Ich stehe nicht mehr. Ich gehe auf mit Streamen. Ich gehe auf mit Social Media. Ich gehe auf mit Gaming. Ich gehe auf mit Atmen. Ich gehe auf mit Schlafen. Ich gehe auf mit allem. Ich möchte nicht mehr. Ich gehe auf. Dann bin ich wirklich offline gegangen. Tja, aber es ist okay. Kein Problem gewesen. Du heut Nacht mein Sklave sein. Gehörst du mir heut ganz allein. Dann werde ich nicht an dir vergehen. Planen los. Dubstep Intro. So ist das. 50 Euro für Dubstep Intro. Ich werde meinen Kindern erzählen, das ist Skrillex. Ich gebe einen Fick auf Follower. Also, nicht auf die Follower. Wasch, echt einen Isländer bestellt. Henry Henryson. Henry Henryson, Bruder von Jürgen Horensson. Ha! Beste Frau, wirklich. Liebe diese Frau, die ist mein Vorbild. Wir haben uns jeder noch ein Bier gegönnt vorhin in der Bahn. Das hat die ganze Zeit nichts reingehauen. Michi! Legende. Alle Bier heil. Ich hab's auf Video. Nix kaputt mit Michi. Wirklich, der Michi. Der Mann, die Legende, der Mythos. Du bist ein Noob. Oh nein. Das war Bang-Ey-Gag 2012. Das geschickt zu bekommen, wirklich. Übelst lustig war das. Holy fucking shit. Du bist ein Noob. Damn. Du bist ein Noob. Damn, man. Oh Mann. Oh Mann. Da bin ich wohl ne Noob. Ich glaube, jeder, der Quasi zum ersten Mal sieht, wird zweimal hingucken, um glauben zu können, was er da sieht. Quasi ist ein circa vier Jahre alter Schäferhund, der eines Tages als Streuner aufgefunden wurde. Lach nicht, Chad. Lach nicht, lach nicht. Lach nicht, Chad. Zuerst nahmen alle an, dass er womöglich jahrelang in einem viel zu kleinen Zwinger gehalten wurde, und deshalb ein deformiertes Rückgrat habe. Wegen seinem buckligen Aussehen gab man ihm seinen Namen Quasi, die Abkürzung von Quasimodo. This is happening. Oh, wie entspannt. Damit, oh ja, zu der Musik schaffe ich den Jump auch endlich mal. Oh mein Gott, danke schön. Es ist ein, es ist, wer auch immer du bist, cva-tv, ich danke dir. Du hast mein Leben gerade zehn Prozent besser gemacht. Ist vorbei. We did it, Chad. Ich würde sagen, Chad, wir gucken erst mal, wie viel das jetzt war. Wir schauen uns das jetzt erst mal an. Das waren zweieinhalb Stunden Sellout. Ich glaube, was hatten wir letztes Mal? Ziemlich genau 2K hatten wir, glaube ich, letztes Mal. Ziemlich genau 2K. Heute haben wir ziemlich genau, Chad, Trommelwirbel, 3K gesammelt, Freunde. 3.000 Euro in zweieinhalb Stunden. Let's fucking go, Chad. Let's go. Sehr, sehr stark. Wie immer, wir machen daraus natürlich ein YouTube-Video. Die Belege werden jetzt hier eingeblendet. Die Spendenbelege, da sind sie. Wichtig, Chad. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Tiere mögt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr gerne atmet, dann lasst doch einfach mal ein Like da. Macht's doch einfach mal. Tschüss. Schönen иде�. Wo bist du? Ich bin ein Daumen nach oben. Vielen Dank.